Musik und gutes Essen. Eine Kombination, die funktioniert und in der Waldschenke am Hirschpark zu ihrer Vollendung gekommen ist. Das im Ortsteil Heinzhof der beschaulichen Gemeinde Ursensollen gelegene Gasthaus punktet zuallererst mit seiner hervorragenden Küche. Dabei stehen regionale Schmankerl- und Wildspezialitäten ganz oben auf der Speisekarte, aber auch internationale Gerichte werden von der Küchenchefin und Wirtin gezaubert. Doch nicht nur die feinen Gerichte des unter anderem mit der goldenen bayerischen Küche ausgezeichneten Restaurants sind es, die Gäste aus der ganzen Oberpfalz immer wieder in die Waldschenke ziehen. Auch das musikalische Talent des singenden Wirtes Bernhard Geitner und das beeindruckende Rotwildgehege machen das Gasthaus zu einem beliebten familienfreundlichen Ausflugsziel. Die Waldschenke am Hirschpark, das musikantenfreundliche Restaurant in der Oberpfalz. www.waldschenke-heinzhof.de ... ... Untertitelung des ZDF, 2020